Hilfe! 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 Eine Honnässe auf meinem Arm! Tu was! Tu doch was! Ah, das ist wirklich ruhig. Das tut doch nichts. Wo war ich? Das ist gefährlich. Unternimm doch was. Leit ein Maaslaum ein. Was denn? Schleuse! Warte, warte, warte. Ich nehme den Hammer. Warte, du Vieh! Jetzt hast mir die Knoche gebrochen. Ich hatte Schleben gerettet. Das war alternativlos. Quatsch, Mensch. Aua, aua, aua. Die war am Ende überhaupt nicht gefährlich. Nicht gefährlich? Wo war ich denn? Das sind Verschwörungstheorien. So ein paar Kollateralschäden müssen wir schon einrechnen, na? Was denn sie, hä? Mit der gebrochenen Knoche kann ich keine Hausarbeit machen. Da wirst du die nächsten sechs Wochen abwaschen, Assen kochen, der Garten ist zu machen, Betten bauen und putzen. Ich bin ja nicht bescheuert. Da nehmen wir uns eine Haushaltshilfe. Und vor welchen Geldern bitte stehen? Das ist eine Notlage. Da nehmen wir einen Grittet auf. Dann grittet? Du bist so schlau. Du könntest auch der Politik gehen. So dumm bin ich, ne? Hast du denn noch gerade gesagt, die tut nichts? Man wird wohl mal seine Meinung ändern können. Was ist das, wie ist es der Schleuen? Abgehauen ist man schfähig. Leg den Hammer weg. Die Hornisse ist fort. Kannst die Maßnahmen luckern. Nicht wird geluckert. Die könnte ja wiederkommen. Jetzt haben wir schon angefangen. Jetzt müssen wir es durchziehen. Sehr klar. Da sitzt es auf der Mordenhaube. Jetzt hast du unseren Golf geklappt. Naja, nicht so schlimm. Da tut es nicht mehr viel. Außerdem gibt es bald eine Neukaufprämie.